Oh, warte mal. Warte. Die hat zwei Ringe hier. Unten am Amulett. Mhm. Erhöht Aussaugeregner um 25 und verringert Aussaugekosten um 50%. Das ist schon sick. Was ist denn? Bullwark. Bollwerk. Bollwerk, ja. Nach dem Erhalt eines Segens von einem Relikt erhältst du zwei Stapel von einem Bollwerk. Ich bin da nicht bei. Ja, da ist sie wieder. Sie ist wieder healthy hier. Ja, ja. Ich habe von mir hinterher gelabert. Die ist wieder healthy. Der geht's gut. Ja, und die will jetzt hierbleiben und Stuff zählen. Mhm. In den Ruinen. Vielleicht hat die so Sachen auch nur temporär. Weil die hatte vorhin die Ringe unter dem Amulett nicht. Schöne Kongs Tuangballer. Aber ich glaube nicht. Das wäre krass. Boah, der eine Ring ist ganz cool. Wenn man unter 30% Leben hat, 25% weniger Schaden. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man unter 30% ist, dann bist du eh One-Hit. Ja, ja, ja. So, genau. Oh, guck mal, hier kann man Simulacum kaufen. Ja, genau. Hörst du vorhin, überlebt kurz. Boah, ich habe nicht genug Scraps. Hä? Boah, Stamina Regeneration erhöhen und Stamina Kost. Boah, das ist ein insane Amulett, bro. Fuck. Oh, ey, krass. Aber ich will meinen Scraps lieber benutzen für... Upgraden. Hörst du mir raus, um ehrlich zu sein. Sag mal, wie viele, ähm, Lumenkristalle haben wir? Ja. Das Simulacum tut eh noch nichts bringen, weil wir brauchen 10 Lumenkristalle, um einmal aufzuwerfen. Wir haben 8. Hm. Ne, verkauft Rüstung auch. Wer? Ja, hier, der nicht labert. Er schreibt da immer drauf. Ja, er hat mich schon mal ein bisschen mit dem unterhalten. In meinem Durchkommen. In meinem... Aber das sind die Starter-Sets. Das sind alle Rüstungen... Stimmt. Hier, das ist das Set von diesem Warrior. Das ist von Marv. Hier ist dein Set. Das ist das von Ganslinger hier. Hm. Ja. Würde ich auf jeden Fall nicht holen. Ah, man kann nicht comparen. Das suckt leider. Ich will erstmal nicht kaufen, weil ich will finden. Ja, ja, same. Ich denke, am Anfang ist es am sinnvollsten, hm, was soll ich sagen, Waffen abzugraden. Ja. Die hat eine Doktornadel. Ich weiß nicht, was das ist. Das soll ein Material sein. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber würde ich auch erstmal nicht holen. Ja, upgraden ist das sinnvollste erstmal. Hm, man kann auch nicht Rüsi upgraden. Oh, oh. Ja, ich glaube, das ist aber ganz gut. Hauptsache, ich habe eine Quick Shower-Session gemacht. Wir könnten auch eine Mod kaufen, ne? Ja, hast du kurz getuscht. Ja, ich habe mich mit Aloe Vera gestern eingeschmiert, wegen Sonnenbrand so ein bisschen. Ja, ja. Und er hat gejuckt überall jetzt, wo ich mich eingeschmiert habe, weil er halt nicht abgewaschen hat. Da musste ich mich ja mal kurz schauern. Okay, we're done. How goes it, friend? Vor allem, weil wir haben ja das Amulett mit dem Feuer-Damage, ne? Wenn wir jetzt das mit Brand-Money holen, die Mod, das wäre auch krass. Aber da sind halt 1500 Scraps. Na, ich habe die Scraps nicht. Ich habe 1,4. Ja, was hast du denn geholt, Alter? Eine Waffe, die war teuer. Ach ja. Und im Endeffekt habe ich die gewastet, weil ich jetzt eh die LMG benutze. Ja. Na, ist jetzt so. Ja. In meinem Play Store bin ich auch immer noch am Anfang, ne? Ich überlege noch mal, Waffe upgraden. Ja, doch, komm. Beides einmal noch. Das ist mandatory. Auf wie viel hast du die dann? Meine Main auf plus 3 und die Pistole auf plus 2. Aber ich mache beides auf plus 3 jetzt. So, zack. Weil ich nutze die ganze Zeit beides immer. Könnt mir doch eine Mod kaufen. Zeig dir, ob ich mir die Brand-Money holen soll. Hm. Also ich will eh das Amulett mit Stemna Regener, wahrscheinlich. Könnte ich mir auch holen. Hm. Ah, doch, man kann die hier upgraden. Ich denke, wenn das dann auf Level 10 ist, dann von diesem Mutator. Ah, okay. Diese Mutations-Dinger. Wie viel haben wir genug, um ein anderes zu holen? Nee, ne? Äh, ich habe den ganzen Squab nicht. Äh, Relikt-Dust haben wir auch noch nicht genug. Ich habe erst 42. Oder nee. Ja, genau. 42 von 75 oder was? Ja. Ja. Okay. Oh, 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 oh. Da ist ein Viech drin. Wo bist du denn hier reingekommen? Aha, muss ich eben töten. Wieso ist der Kristall jetzt eigentlich hier in der Mitte? War der am Anfang auch hier? Sieht geil aus. Hm. Hm. Ich glaube, ich hole mir die Feuerwehrmord. Ja, okay. Du bist zurück. Was hast du da? Ja, ja. Ähm. Ah, okay. Die ist automatisch da drin. Nice. Wir haben Feuerschein um 20% und Brand-Damage. Das ist der Dot-Damage um 50%. Nö, Alter. Ja, das ist schon nice. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mit draufgekommen ist. Warte mal, testen wir mal eben. Ablegen. Ja. Boah, Junge. Da wird sogar direkt draufgerechnet auf die Mod. Das steht dann da. Anstatt 260 Damage... ...macht er 312 Damage. Okay. Statt, wie, was? Nochmal, bitte? Anstatt 260 Damage... ...macht er mit dem Amulett 312 Damage. Okay, okay, okay. Alles Klärchen. Was nicht so schön ist. Ja. Ich habe hier einen schönen Kong-Strong. A.K.A. Strong Kongs. Beste. Und ein paar Flips. Okay. Febig. Yes, sure. So, Forgottenfield waren wir. Diesen Wald waren wir auch. Aber was ist das für ein Nest, wo wir da hin können? Ach, das ist das Nest von dem Vogel. Sollen wir nochmal hin? Ja. Wir können da nämlich hin travelen. What the fuck? Ja, weil... ...der Wegpunkt war leck daneben. Ja, aber man kann sich noch nicht an jeden, ähm... ...an jeden Checkpoint pointen, glaube ich. I don't know. Stimmt, ja. Ja. Aber doch, weil das ein größerer ist. Wenn der geht hat. Ähm... Ist der da oben noch? Ich glaube nicht. Oder kommt der jetzt angeflogen? Wenn der da nicht ist, können wir da looten, weil da lag was hinter dem. Der ist nicht hier. Oh, der ist weg. Oh, ich hab auch sein Ei kaputt gemacht. Upsi. Amulett. Upsi. Ja. Das ist für eins. Äh, alle 10% fehlende Health. Magst du mal 50%? Ah, okay. Oh, Relikt schneller benutzen. Ja. Und eine Prozentchance. Hm. Keine Reliktauflage zu verbrauchen, Junge. Das ist krass. Aber warte, alle 10% Health missing, kriegt man 10% schnelleren Speed. Also als 50%, hast du 50% schnellere Health Usage. Und? Ja, da hat 5,7, also 5,40, äh, 35%, ja, da Chance hat, mich zu verbrauchen. Ich meine, ich benutze das eh, weil das Feuerding bringt mir gar nichts. Ja. Ähm. Mal alle Eier kaputt machen? Let's do it. Oh my god, we get, we come into hell. Bossfight triggern. Ja, krass. Jetzt wird er uns nicht helfen, sondern irgendwann attacken, so. Wir haben krass die Story gebroken, jetzt. Aber wir sind doch eh richtig hier, ne? Wir müssen doch eh hier. Ja. Warte. Da. Blau waren wir. Aber wir können uns irgendwo hinporten und ich frag mich. Wolltest du das machen? Ich will das nochmal austesten. Ob das das ist, wo wir hin müssen? Weil hier werden auch beide Türen gelb angezeigt. Ja, gelb ist das, was wir erkundet haben. Hier, ach so. Oh. Wir sind öhmlich farblich, ich bin öhmlich. Da ist ja das Nest, was ich anwählen konnte. Aha. Wir müssen da hin. Ja, aber warte, welche Richtung? Hier her. Und dann links halten. Also, wir müssen da hin. Watch it. Hier die Gump. Oh, ist geil, dass wir die durch die Wände sehen. Einfach so einen normalen Pistol feier ich. Das G. gab es im ersten auch. Jo. Und was kriegen wir noch? Äh, 15% mehr Crit-Chance. Ja, not bad. Ich frag mich, ob man Headshot auch critten können. Ich glaube ja, weil ich hab vorhin beim Bossfight, wo ich da stand und die ganze Zeit geschossen hab. So eine fette rote Zahl, ne? Ja, ja, ja. Oder jetzt hier gerade auch. 47 und dann waren 69 auf einmal. Mega. Mega big mehr. Ey, so eine hat mir doch gehabt als Boss. Ja, ja. Big man. Boah, nice. Oh. Da will ich jetzt mein Ding jetzt benutzen. Feuerbrühe. Stagger. Boah, wie schnell ich mein Heal benutze, Bro. Boah, gegen die Baumpfüche ist das krass. Äh, hast du Heal ready? Ja. Das hab ich mir noch mal bekommen. Achso, hier war doch der NPC, ne? Genau. Relikt-Perk. Oh, 20% schneller Relikt benutzen. Oh, und dann mit dem Amulett. Alter, Speed. Wart, 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 wart nochmal. Ja, ich hab ein neues Perk. Also, ähm, Level 4 bin ich bekommen. Achso. Ja, hab ich auch close to. Das ist ein Mob. Irgendwie hab ich von einem Mob keine EP gekriegt oder so. Ja, stimmt. Er hier. Ich will nur mal gucken, ob ich was Neues zu erzählen hat. Ja, ja, weil wir den Boss gekriegt haben. I don't have any more questions. Okay. Vielleicht konnte ich nicht anwählen. Das ist ja bestimmt ein Checkpoint, nehm ich mal an. Ja, safe. Ja. Sogar ein Travel-mäßiger. Können wir auch untouchen einmal. Ich glaub, wir haben den eh hier. Wir haben den... Ich weiß nicht, ob wir den haben. Ah ja, du hast noch nicht volle Herzen. Jetzt. So, wend mal kurz. So, wend mal kurz. Oh, da liegt der als Leiche, oder was? Mein letzter ist eigentlich scheiße, Alter. Der... Wenn ich das Relikt benutze... Das war's, möchte ich die Gildingin. Äh... Geben meine Skill fünf Sekunden länger, aber das... Muss ja heißen, dass ich Damage... Muss ich... Ich bekomme eine gute Vibe von diesem Ort. Lass uns gehen. Wenn ich so stehe, und meinen Charakter so von unten anguck, und dann so nach oben aim, und dann so langsam slide, dann denk ich mir immer so, das könnte man so richtig gerne in so einen YouTube-Cut, weißt du? Ja, genau. Also, dann geht man so, weißt du, in die Third Person rein, und dann zappt man so. Warte mal, snipe ich nicht. Oh, hier ist... weitläufig. Ähm... Mach schon mal Taschen und Paaren. Stimmt. Ach du Scheiße. Mehrere Ebenen, Inc., oder was? Was ist denn da unten? Das kann ich abballern. Da kommt was? Was kannst du abballern? Da unten. Das Ding in der Mitte? Mhm. Also rot, das Fadenkreuz. Das ist bestimmt ein Baus. Das will mal weg. Aber wir kommen jetzt aus 2 von 2 Vasen. Die will dazu büßen. Ja. 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 Ja, da ist ein krasser auch, ein OG, neue Mobs auch Toll, hier Okay, bisschen Scrap Warte, bisschen absnipen, ist ein OG auf jeden Fall Boah, er ist ja aus der Wand gekrochen oder gekommen irgendwie Er sieht aus wie so ein Boomer, ja Ah ja, ja, ja Ömmelicht, guck mal Big Mac Oh, neuer, wieder Der wirft zu Ex oder so Die explodieren Der Brammonie macht ordentlich damage Pass auf, die einen crawlen Wenn die Nox, wenn die fast down sind Oh, äh, coming Aua, was war das denn? Der liegt dreimal rote Muni, ich brauch keine mehr Ich bin uns einmal Heal Ja Von uns Äh Der liegt Der liegt Der liegt Oh Kann man öffnen hier den Sarg Das guck ich immer einmal an hier, der liegt Der liegt Der liegt Der liegt Der == Weapon Swap Speed? Wir haben echt andere, ne? Wir finden andere. Helfe habe ich auch, aber hast du auch einen mit Rückstoß? Nee. Siehst du, wir finden so... Waffenwechsel Speed habe ich jetzt reingenommen. Und Red Speed auch ein bisschen und halt Armor. Oh, die kommen hier auch aus der Decke. Von hinten! Okay, der macht Support-Actions. Oh, der ist von hinten immun. Hahaha. Du weißt... Ist ja eigentlich eine Uni-Box. Ich bin gleich einer Sache. Ich bin gleich einer Sache. Du weißt... Ja. 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 Okay. Okay. Was haben wir hinter uns? Oh, die Axt explodiert auch, die der wirft. Hast du hier Fläche, Weddy? Ja. Oh. Okay, das ist wie so eine Mine. Ja. Okay. 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 Das ist alles klar. Ich fliege doch nur Melee, du Bastard! Die könnten ruhig mal so ein bisschen Tracking einfügen beim Melee. Ich habe nur neue Mod-Schaden. Weak Spot Damage habe ich bekommen. Warte kurz, ich nachladen. Danke. Danke. Okay, be careful. Ich bin sicher, das ist nicht die letzte von ihnen. Ich glaube wir sind gleich da unten. Oder vielleicht jetzt schon. Ich bin sicher, das ist nicht die letzte von ihnen. Aber der ist immer noch hinter uns. Okay, haben wir. Der stirbt, der stirbt. Der Brand-Muni ballert so rein. Die ist echt rar. War das rar? Manchmal so Muni. Oder ich sehe da unten was lilanes, wo du grad hin rennst. Lass erstmal da runter. Ne, Ring! Woh, 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 woh. Woh. Mach der gut. Woh, eh, XP. Um 10%. Ja, okay. Kann man ruhig drin haben. So lange wir eh noch den Slot frei haben. Ok. Der war nix oder was? Voll die Ruin hier. Erinnert mich ein bisschen gerade hier an Remnant 1. Da war ja auch so ein komischer Boss, das sah ja so ähnlich jetzt aus. Boah, mich mini euch weg, ihr Scrubs. Ohne einen Hit zu kriegen. Na meh. Oh, oh ja. Oh, was ist das? Summoner? Oh, der... Autsch, 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 Autsch! Nein! Die Seuche hier hab ich noch genockt. Rennen! Aua! Jo, du hättest nicht mehr. Äh, ich kann... Links ran... Mann, ich bin dead. Oh, ja, du bist dead. Weißt du, ich hoffe. Geil. Mach alles weiter. Oh Gott. Ich hab Wutwort. Iiii, jo! Damage? Ne. Oh, ich huste zwischendurch so rum. Oh, ja, ich seh. Ich kann das. Oh, shit. Oh, shit. Besser. Oh. Wie geil denn das im Schieb. So, mal Triple. Ja. Alter, wollte mich... Was geht denn jetzt hier ab? Der krabbelt noch hinter dir. Mhm. Der krabbelt. Er hat noch 2 HP. Hälfte Damage macht der dir. Ey, was geht denn mit Spawns? Vielleicht ist da irgendwo so ein... Summoner? Komm alle von oben. Warte, was hat die Woodward geheilt? Ich glaub das war das hier. Ja. Ja. Ja, ich glaub wir kommen so lange bis ich die... ...den einen da weg hab. Ihmchen da. Ja, ja. Ja, ich bin so doller. Ahhh, Mann.